Geht's bergab? Darf ich die Kupplung treten? Direkt verbremst, mit dem hinten rein gerutscht. Du hast einen vor dir, wo du die Bremse angucken kannst. Ah, warum bremst der hier? Warum bremst der hier? Mal runterschalten, dann beschleunige ich hier auch raus. Denk dran, beim 500 Schild langsam zu bremsen. Das hier? Jetzt ungefähr. Du bist noch neben mir. Ich hätte mal rüber gucken müssen. Du hast ihn aber ausgebremst. Oh, ho, 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 ho. Das war knapp. Das war sehr knapp. Achtung, ich bremse. Ich habe auch gebremst. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Hm, das war wohl offensichtlich sehr bescheiden durch die Kurve gefahren. Jetzt habe ich ihn. 언ゲen our the office at the hospital now. Mh..." Er kommt aber wieder näher an dich ran." AAH! »Limiter!« das unterschalten hätte ich können naja so keiner mehr vor mir das benzin erinnert sich der typ hinter mir kommt ziemlich schnell näher sollte sich aufs verteidigen bereich oh nein der kommt wirklich schnell näher der fährt doch wie einfach vorbei wieso macht er so was nur der platz gelassen du brauchst das noch mehr platz als ich gelassen ich bin ich bin in das ist alles gut ok jetzt nicht so schnell wie eben also die kerbs nutze ich heute voll aus oh sieben sekunden bessert die runde davor ja bei mir auch oh 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 ohje das war scheiße das war zu spät gebremst ja verschaltet wir würden fahren wir fünf okay du auch nicht ganz so weit wie du aber ich dachte mir den scheiß egal vollgas warum bist du so viel schneller als ich hier raus weil ich schneller durch die schikane da fahr oh hh 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 mtiko war es das nicht ne nicht überhaupt nicht hochschalten das fühlte sich eigentlich gar nicht verkehrt an das war wieder ein bisschen später die komme ich eigentlich ganz gut durch die gerade die zwei oder diese hier vorwärts war du weißt es ist die schwierigste hinten mit der mit der betroffenen kann ja mit dir jetzt vor mir oder jemanden vor mir geht das auch aber sonst wenn ich hier alleine gefahren bin bin ich jedes mal volle kanne hinten raus ich weiß nicht wie das geben soll ich nur kurz nur kurz liften habe ich noch nicht mal gerade gemacht und man muss aufpassen das halt nicht so rutscht genau so nicht das war knapp der wäre ab gewesen ich glaube ich hätte ich gerade ultra auf kann das sein geht wenn du vorbei möchtest das könne ich kann ja hinterher fahren ich musste ein paar mal bremsen um den ich rein zu fahren als du so ein ausgebrochen war es zwei sekunden besser schlecht aber wie war ich jetzt gerade flott unterwegs ja du hast die dings diesmal gut mitgenommen oh vorsicht sorry jetzt hat er wieder aufgeholt wollte es noch mal spannend machen das war knapp die reiht sich wirklich bis zur sorgung da bin ich jetzt richtig gut gerade umgekommen sind wir noch 0,8 übrig geblieben letzte runde ja hab ich mir gerade gesagt wohoho jetzt bin ich da nicht so gut durchgekommen ja besser als sonst schlechter als auch Ich glaube, die habe ich diesmal halbwegs gut genommen, aber du bist trotzdem schneller daraus. Ist das die, wo ich mich immer verbremst, wo ich dich gerade abgeräumt habe? Ja. Oh, das ist langsam genommen. Ja, ich habe mich verschaltet. Okay. Nein, 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 weißt du was, die Boxengasse ist vor der Zielgeraden. Okay, bist du noch Erster? Nein, ich fahr jetzt rein. Also die Boxengasse ist vor der Zielgeraden. Ich stehe jetzt hier und werde repariert. Jetzt fahr ich weiter. Ja, ich werde noch Achter. Ja, ich bin Achter. Sorry. Ich musste rückwärts setzen und Fünfter. Ich war zu früh auf dem Pin, deswegen bin ich gegen die Wand und bin von da geschlingert. Ja. Ein passender Abschluss für Start-Ziel-Sieg und dann, ja, AT-Racing ist ganz vorne dabei. Ja. Auf den letzten Meter. Das war aber gut. Ich hätte nicht gedacht, dass du auch noch fünf Plätze verlierst. Ich musste wenden. Ah, gut. Aber ich setz mal wieder an.